Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5, die Sylvana Kampagne und wir sind in der letzten Mission dieser Kampagne angekommen. Ich will nochmal ganz kurz jetzt das Kampftempo wieder ein bisschen hochstellen. Das habe ich im letzten Part runtergestellt, da haben wir nämlich eine sehr sehr wichtige Schlacht gegen Raven geschlagen. Und jetzt sind wir kurz davor eine Stadt der Necropolis einzunehmen. Ich denke mal, das machen wir auch als erstes, aber vorher hole ich mir ganz schnell die Schwefelgrube und gucke mir jetzt mal die Helden hier an. Nadia, ganz genau. Gut, den haben wir weggemacht, aber komplett. Das ist sehr fein. Ah, ja, die Magieresistenz. Ärgerlich, ne? Hätte ich vorhin sehr gut gebrauchen können. Schade, schade, schade. Wollen wir mit denen überhaupt allen in die Schlacht ziehen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und so viel Schnelligkeit, was hat er denn drin? Fünf Knochendrachen immerhin. Ist nicht so wenig. Naja, wir gucken es uns mal an. Ich würde zwei Meisterjäger verlieren. Das ist eigentlich ein recht gutes Ergebnis für so eine Stadtbelagerung. Ich habe zwar diesen Wiederauferstehungszauber, aber der Sultan, ich weiß jetzt gar nicht, was der für eine Stufe hat. Aber komm, schenken wir uns jetzt zwei Meisterjäger. Gut, okay. Dann gehört uns jetzt diese Necropolis statt. Gibt es da coole Zaubersprüche drin? Phantomarmee gibt es, der bringt uns aber nichts, denn wir haben keine beschwörende Magie. Ah, wir können jetzt Armeen an Untoten rekrutieren. Toll. Was wir nicht brauchen. Okay. Äh, hol dir mal die Goldmine. Und dann kannst du dir mal die Miene da drüben vielleicht auch noch holen. Wie viel mit Mana hat Finder noch? 117. Ich glaube, wir müssen nicht direkt auftanken. Wir haben da unten nochmal einen Ring der Lebenskraft. Wie viel sind da? Oh! Oh! Oh, ach so. Hm. Hm, 779. Ja, das ist ja einfach. Oh, 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 ho, 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 ho. Oh, shit. Oh, shit. Ja, nichts leichter als das. Einfach eine riesige, voll fette Armee an geisteskranken Totengeistern da unten. Oh, Elaine, du hast gar nicht fortgebildet. Nieah. i did stupid but i can do gut du kannst du nicht mal ein kreaturen transfer du kannst ja gar nichts sollen wir hier ein upgrade holen also das erste upgrade sollten die drachen sein und dann die baumriesen meine meinung weil wir erst die richtig fetten kreaturen brauchen die wenn das dann für uns etwas einfacher machen so wir sehen hier ist nicht viel los dann ist hier noch mal ein bisschen gold und immer das und das viele aussichtslos bringt nix nur die moral wird dort gesteigert dann laufen wir mal hier zu dieser sehr hütte uns die nächste runde an ich bin jetzt mit talan gar nicht zurückgegangen aber das ist auch ganz gut momentan jetzt zwei helden zu haben damit die so ein bisschen die minen frei boxen können das ist nicht verkehrt und die minen brauche ich ich brauche nämlich ganz dringend diese rohstoffe hier findern kann doch auch das stadtportal sonst kann ich vielleicht hier oben auf diesen landzipfel laufen ach da ist noch ein portal interessant und mich dann einfach wieder zurück in die stadt teleportieren das könnte ja auch gehen wieder auch ganz geil nur findern hat hier zugang so so very interesting das ist mal gut zu wissen okay jetzt wird der drachen alltag geupgradet jetzt haben wir uns hier die fetten upgrades wir brauchen natürlich auch noch halt ein bisschen geld ist klar wir machen aber momentan ganz gut kohle pro runde machen wir die jägerhütte die ist oder diesen diese wächter gilde bla 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 scheiß das ist ja billig ähm wir kriegen pro runde 10 142 das ist gut das ist gut das ist gut ah und da ist sogar das rohstoff lager gebaut da kriegen wir dann sogar noch quecksilber von ist ja cool okay gut 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 dann können wir auch mal langsam darüber nachdenken die nächsten städte dann wieder zu klauen wenn wir jetzt mit findern zurückkommen das wäre halt ganz wichtig aber vielleicht kommen wir bis hier oben auf diesen landzipfel das wäre cool muss man das gleich mal angucken wenn das jetzt natürlich nur wieder so eine komische felsige insel da auf der map ist ja es ist eine komische felsige insel einfach nur auf die map dahin geschissen okay dann lauft mal hier hin 87 die schaffen wir aber ja cool keine kreatur verloren dann lauf mal hierhin und dann müssten wir dann müssten wir näher an der anderen stadt dran sein du gehst hier du willst mir den obelisken guck mal da das sieht mir nach sumpf aus und einer sägemühle wo das ding sein könnte wir könnten die armee auch talana geben und dennoch hier ein bisschen rumschicken aber ist vielleicht auch nicht so geil ab hier rüber wurde den zauberkraft bonus ach shit da müssen wir kämpfen das ist blöd 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 dann machen wir so weil wir dich hier nicht wirklich gut gebrauchen können läufst du wieder zurück und hier runter so ach shit da brauchen wir wieder so viel kristalle für gefällt mir nicht das ding macht nur edelsteine irgendwas wichtiges hier ach so hier sowieso mal gerade gar nicht ja dann mach doch mal hier diese festung und hier das rohstoff lager je früher man die dinger baut desto besser kann man sie ja nutzen desto mehr stapelt sich dieser vorteil an ressourcen den man dadurch bekommt ok ja du lässt als allererstes mal hier hoch und probierst mal gerade aus ob das mit dem stadtrohr klappt nein es geht nicht ok schade dann überlege ich schon fast ob ich nicht noch mal lade und dann wieder zurück zur stadt laufe aber das müssen wir mal gucken vielleicht lade ich sogar noch mal gehen mal hier durch was gibt es denn hier die per underground und wenn ich aber dann hier hier müsste ich dann aber doch zurückkommen weil das ist ja ganz oben in der ecke ja das geht ok gut ja dann machen wir es so alles klar dann holen wir uns hier auf jeden fall noch den kristall tausend ok nochmal das schaffen wir schon denke ich ich setze mir gar nicht auf so ich will hier nur mich mit denen verbunkern ja mach sie weg gut ok jetzt sind die nächsten dran äh ne warte äh warte also das da ist jetzt wirklich sehr sehr einfach gerade jetzt nicht dass ich es gerne schwieriger hätte und dann kriegen wir die auch alle weg ohne dass da irgendwie eine gefahr für eine unserer einheiten besteht und du heilst mir den hier so sehr schön ja ruhig brauner ok gut 8000 erfahrungspunkte wie viel brauchen wir jetzt noch wir kommen langsam ran 58.000 brauchen wir noch ich nehme die kohle ich nehme die kristalle ah shit dann ist die frage oh krypter sollen wir jetzt schon sollen wir jetzt hier noch kämpfen oder sollen wir direkt zurück eigentlich sollten wir direkt zurück damit wir in der nächsten woche direkt nochmal mit einer voll aufgepushten armee da rumlaufen können und die bewegungspunkte voll ausnutzen ich meine das ist jetzt für diese runde nicht mehr ganz so entscheidend ob wir da jetzt noch ein section gold mitnehmen oder nicht sondern entscheidend ist hier dass wir hier schon mal die einheiten upgraden ok talana du willst hier noch die mine die brauchen wir für nächste runde dringend und dann holst du mir hier die windmühle ab ähm ja bleib mal hier bleib du mal hier ja ja bau mal das teil und hier brauchen wir noch was gescheites das kostet leider alles kristall dann machen wir den fehlenwald der ist auch super billig da komm dann können wir wenigstens unsere level 1 kreaturen nochmal upgraden ist ja auch nicht schlecht so du freundchen müssen wir hier gleich diese windmühle abklappern und noch die jäger rekrutieren ja okay okay metallernah hätte ich dann vor wir holen uns das ding gehen hier unten rein benutzen dann auch den stadtportal zauber kommen dann hier raus ist auf jeden fall eine wichtige sache nächste runde da da tut sich noch nicht so viel aber wir müssen aufpassen wir sind hier mit den städten unterlegen die ai hat viel mehr städte als wir können wir jetzt schon sagen okay du bist hier hin schwefel scheiße bringt nix mhm 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 so dann hol du dir mal hier noch den garten des hässlichen volkes komm gut immerhin besser als nix so wir haben 400 dunkel energie was mir ein bisschen übertrieben vorkommt wir kriegen immer noch keine untoten helden mhm ah da können wir mal gerade gucken hier was sagt man sich denn so anzahl städte 5 und 3 na das könnten wir aber jetzt vielleicht bald sogar noch ausgleichen gut ähm vladimir ist der beste held momentan da sehe ich leider aber nix genaues so leider seine stufe nicht goldbestand äh da sind wir also goldbestand sind wir schlechter beim ressourcen sind wir besser ne bei holz und erz aber das ist ja scheißegal besucht obelisken gut also er geht nicht auf aschas träne schön bevor ich jetzt hier irgendwas rüste oh ja wir haben übrigens dann auch wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe durch unsere sprudelnden teiche bla 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 wie die dinge heißen ordentlich ressourcen dazu gekriegt ach du meine fresse aber das ist alles ziemlich teuer ja 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 wir schmeißen mal ein bisschen was mit dem quecksilber weg und von dem schwefel so viel brauchen wir da nicht also momentan noch nicht jedenfalls und wir machen ja auch jede runde was okay wir würden uns zuerst die und dann die so und die nicht geupgradeten kreaturen lassen wir jetzt zurück das ist zwar ein bisschen schade mit den druiden aber insgesamt für uns die bessere option wartet mal gerade aber wir können hier vielleicht auch schon mal gegen die rakshasa rajas kämpfen ja 50 schaffen wir die das war keine rhetorische frage obwohl es sich vielleicht so angehört haben mag ja läuft doch läuft doch läuft doch ja komm mach nochmal so sieht gar nicht schlecht aus finde ich und das sind die schon mal geblockt kannst mal warten die haben nämlich eine relativ schlechte initiative die viecher ich würde die gerne einfach nur aus der gleichen position nochmal angreifen ich würde die gerne einfach nur aus der gleichen position nochmal angreifen mhm perfekt hmm mhm 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 sehr schön sehr schön dann haben wir damals noch nichts verloren das ist doch gut das gibt noch mal 6000 erfahrungspunkte das war jetzt nicht unbedingt der beste zeitpunkt um die auszuschalten wir finden dadurch wertvolle bewegungspunkte verloren hat aber wir holen uns jetzt mal hier diese truen ok gut und dann können wir so langsam mal hier runter auf den weg und dann schauen wir dass wir ich würde die kreaturen eigentlich lieber in einer anderen stadt upgraden das problem ist ich will die eigentlich jetzt noch nicht alle kaufen deswegen geht auch mal hier hin und gibt sie ihm schon mal und du gehst dahin nächste runde ja das ist nicht so einfach hier das ist eine kompliziert das ist ein kompliziertes szenario man muss wirklich mit den bewegungspunkten der einheiten aufpassen und jetzt für mich das taktische problem war es dann doch öfters dass ich für mich nachher eine bewegung eine spezifische bewegung mit einem helden dann als nachteilig herausgestellt hat wo ich dann eben im nachhinein gemerkt hatte oh das war jetzt eigentlich nicht so gut das hättest du besser nicht gemacht naja ich will hier ganz gerne die aura der magie resistenz von den einhörnern haben das problem ist auch die sind wieder ziemlich teuer und die machen wir so einen kleinen strich durch die rechnung denn die drei alten baumriesen sind momentan wichtiger deswegen nehmen wir jetzt mal gerade die so dann brauchen wir noch einen helden und dann nehmen wir jetzt den aus hier weil er hat auch noch schön viele jäger dabei die wir direkt upgraden können hallo so jetzt fehlt uns natürlich noch ein bisschen was an kohle weil ich sagen würde hier können wir die kriegstänzer terrassen aufrüsten die sind die mich auch nicht so teuer die burschen so aber bevor wir dich bewegen schauen wir erst mal wie viel ist 29 und ich habe ich nicht glaube ich es zu wenig ist zu wenig und dann haben die halt auch nur diesen magie resistenz bonus naja ok dann nur das ding hier warum kann ich das stadthor nicht zaubern fehlen mir da die bewegungspunkte an hier warte mal da steht noch ein held drin ja stehen sogar zwei da steht ein held vorne drin deswegen geht das nicht so jetzt geht ich hätte jetzt noch das gold einsammeln können aber das ist jetzt glaube ich auch nicht so wahnsinnig wichtig ich halte jetzt für zielführend mir mit finden gleich mal so einen leichten bewegungs vorteil zu tun so du tauschst mal kurz und dann nimmst du die hier mit irgendwas zum upgraden ja ok kristalle die die edelsteine geben wir mal nur auf ok so finde da fehlt mir ein ganz kleines bisschen was an bewegungsreichweite bitte so ok und jetzt bitte hier ja 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 das ist nämlich gar nicht so verkehrt so die kosten nix die nimmst du mit waren wir hier schon ja ok so dann haben wir hier noch die schwester dann gehen wir mal kurz hin die hat noch ein paar meisterjäger und noch ein paar klingel kriegstänzer das ist noch nicht geupgradet okay ich kann damit leben wir holen uns den den fehnring brauchen wir nicht unbedingt denn wir kämpfen jetzt erst mal gegen die vampire ok du gehst hier hoch kannst dann schon mal hier ein bisschen kreaturen tauschen genau so und du gehst dann eigentlich wieder hierhin zurück und kannst hier die jäger anheuern und elaine holen wir jetzt auch hierhin so die frage ist jetzt hier die vampire ausschalten oder stadtportal benutzen ist auf jeden fall von der bewegungsreichweite fast gleich aber ich glaube wir sind jetzt ohne stadtportal ausnahmsweise mal schnell die frage ist wollen wir überhaupt die vampire und ausschalten ich sag mal ja wobei es könnte sein dass die ein event auslösen den ich nicht mag deswegen mache ich mir hier noch mal ein save ihr dürft noch mal einen schluck schnapps trinken wir gucken noch in die nächste runde rein wir schauen mal ob da noch was passiert aber ich vermute jetzt mal nicht ok und dann haben wir jetzt eine neue runde die wir im nächsten part sehen leute ich bedanke mich bei euch fürs zugucken wünsche ich alles gute macht's gut bis zum nächsten mal tschüss